Archeher Zielkoordinaten erreicht Da sind sie ja endlich! Herr Strindberg, wir hatten bereits das Vergnügen. Und angesichts der Lage schlage ich vor, wir sparen uns weitere Förmlichkeiten. In diesen Anlagen produzieren wir im großen Stil Kohle und Öl. Tendenz? Steigend. Der neue Zwei-Jahres-Plan aus der Konzernzentrale ist wirklich eine Herausforderung. Um die Produktion weiter zu steigern, brauchen wir mehr Energie. Uns fehlt nur noch eine leistungsstarke Turbine für das hydroelektrische Kraftwerk. Erwarte Ihren Befehl Als künstliche Intelligenz der Arche bin ich darauf programmiert, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen. Sie werden sich um die Neukonstruktion der Turbine kümmern. Das ist ab sofort Ihre oberste Priorität. Verstanden? Registriere Auftragsanfrage. Informationen zum Thema werden geladen. Wie kann ich helfen? Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Global Trust hat übrigens ein Care-Paket für Sie geschickt. Die Kisten stehen hier im Weg, also holen Sie sie gleich ab. Kommandoschiff einsatzbereit. Navigationssysteme online. Neue Inselkoordinaten erfasst. Inselscan läuft. Lade Informationen zu Fruchtbarkeiten und Rohstoffverteilung. Lade Datenbank mit Steuerungsroutinen für Fahrt. Endlich können wir dann zum nächsten Punkt weitergehen. Bestellte Waren stehen. Gut. Im Südwesten liegt eine kleine Insel. Errichten Sie dort Ihren Stützpunkt und vergeuden Sie keine Zeit. Perfekt! Informationen für Siedlungsgründung verfügbar. Lade Basisbebauungsplan. Achtung! Zu wenig Unterkünfte vorhanden. Bau von Wohnhäusern wird empfohlen. quienes mit平 in Deutschland leben sind in estable. Tippt. Im Südwesten Frankreich ist in transmissioncker. Okay. Warnung! Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Achtung! Bevölkerung verlässt die Stadt. Warnung! Mehr Baumaterial benötigt. Lade Informationen zur Nachschubsicherung. Warnung!